Hallihallo und herzlich willkommen meine lieben Fanatiker zu dem Minecraft PvP Video am Montag Und ich nehme das jetzt auch am Montag auf Und ich will spielen Quick Survival Gaps Ich will direkt geboxen, das ist natürlich mega geil Ich habe natürlich keine Kisten bekommen Das ist mega uncool Rüstung, hinter mir ist einer Ah, der hat direkt Fett Rüstung Das ist halt uncool Okay, da ist nix drin Das ist mega scheiße, wenn man nichts mehr bekommt Okay Oh ja Okay Ist hier einer? Ne Das heißt, ich bin eigentlich gut ausgelustert Aber so wie ihr mich kennt bin ich wahrscheinlich Ich bin ja Eher am abkacken Okay Eisenhelm Eisenbrust Ich bin voll dir Äh, voll dir Idiot Ähm, voll iron meinte ich Und Eisenschwert Und Eisenschwert ist natürlich mega krass Läuft doch eigentlich ganz gut Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh, Alter Da habe ich jetzt gerade gar nicht geblickt, von wo die Leute kamen Egal, da müssen wir jetzt in der Nächsten kommen So, jetzt bin ich in der zweiten Runde am Start Und Ich muss sagen Die Situation sieht hier mega scheiße aus Okay, Schwert, Schwert, Bogen, Bogen, Bogen Und Jetzt, äh Jetzt necke ich mir mal den hier Okay Oh, der hat auch ein Schwert Oh, das war knapp Da habe ich hier ein bisschen Wig angestellt Geht ab hoch, ab hoch, ab hoch Regenerieren kann ich noch Elm kann ich anziehen Oh nein Das ist natürlich nahmlich Und ich muss das Video relativ kurz halten, weil ich es am Montag aufnehmen Oh nicht Aber brauche ich wieder ewig zum Buchladen Oh Gott, da habe ich mich erschreckt Ähm, was ich auf jeden Fall mal erzählen wollte Ich war gestern im Europapaxes Am Samstag habe ich nicht hinbekommen, ein Video aufzunehmen für LOL Also es kam ja kein Problem Und, ähm Samstag habe ich Äh, am Sonntag war ich im Europapaxe Und es war so mega voll, also Okay, wenn von euch Leute schon an irgendeinem Park waren Es gibt ja, so auf den zwei Seiten Parkplätze Und, äh Wir sind dann Vielleicht bin ich da hoch, ich bin Wir waren dann auf dem Parkplatz Auf so einer Wiese, Alter, das war erstmal ein Kilometer vom Park weg Es war richtig krank, wie voll der war Es war richtig ätzend mit dem, mit Laufen an Aber auf jeden Fall scheiße Und er war natürlich voll Und, äh, habe ich einfach nur im Park gechillt Und bin einfach keine einzige Achterbahn gefahren Weil alles so halbe Stunde, 50 Minuten, halbe Stunde ging ja noch Aber, hatte ich eben trotzdem keinen Bock Weil wir Jahreskarte haben Siegnerst um halb zwei Ah, du Arschloch Der hat ein Eisenschwert, das ist uncool Hallo uncool, lass mich Aua, oh Gott Aua Ich bin gestorben Achso, es gab auch noch drei Spiele Okay, ich hab mich ein bisschen zu lang verkennt Dann würde ich sagen, gehen wir in die dritte und letzte Runde So, da bin ich in der dritten und letzten Runde Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hab, dass es mega früh ist Und zwar, viertel vor zehn Und, ja, da halt Ferien sind und so Wenn ich jetzt mal länger Ist eigentlich ganz chillig Oh, leck mich doch Ich mach doch Ein Schwert Lächerlich Ey, wie es jetzt grad gar nicht mehr läuft Es ist einfach Oh, uncool 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 Lass mich mal bitte Huuuuh Oh, sprint doch, du Wuhuern Oh, was ist denn da eigentlich jetzt hinter... Oh, oh Alter Ähm, ich häng hier fest Wollte ich nochmal Geil Ist immer richtig toll, wenn man kein Schwert hat Und alle dich handen, weil du ne gute Okay, ich hab jetzt nicht so ne gute Rüstung Okay, das war klar War auch klar War auch klar Oh Nett Ich bekomm immer bessere Rüstung War so wirklich ein Schwert Fällanze Kuchen Lecker Kuchen Achso, ich hab eine Pfeile Das hatte ich Was feines Oh, oh, oh Nice Da hat er Da hat er Die Kostroms Stissel Ich weiß nicht, ich geh mal da weiter Ein, da war wohl noch keiner Aber ich häng gegen die Feste Das ist echt scheiße Und ähm So auf Rosenblätter vollbewegen kann ich auch nicht Oh Mann Oh Mann Oh Mann Das ist ein Kuchen Oh Mann Das scheiß Fleisch Weg Ach, ein Helm Perfekt Jetzt kann ich hier hinabgehen Das ist natürlich wunderbar Oh fuck Was ist das jetzt? Gut, ja Passt Oh, ich hab grad irgendwas gehört Das ist richtig Äh WTF Sind die direkt über mir Kann man da hoch? Den kann man nicht Aber irgendwo muss man ja wohl raus Genau das Deathmatch Und ich bin in dem Deathmatch mit einem Holzschwert Die haben wahrscheinlich schon alle Dierrüstung und Eisenschwert Das ist echt zum Kotzen Okay, brauche ich nicht Da ist eine Leiter Da kann man knaufen Okay Interessant Ah Ne, gut Ja Oh Ähm Ähm Das war natürlich klar Der hat Full Dia Äh Full Dia So eine scheiß Ähm Dia Brustpla Lol Da springen Pfeile Das find ich laster Und zwar nicht wenige Ich hab mich mit den Und 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 erstmal gucken weil im holzschwert ist mega kacke da der eine ist schon tot kann ich jetzt abstauen oder oder auch nicht der brennt ist gut ja der ist down perfekt scheiße alter ich habe interessieren wie viel leben der hat er hat aber was soll man machen mit dem holzschwert naja ich habe wenigstens einige kälte geht aber wahrscheinlich relativ lowlife aber naja das waren jetzt drei quicksurvival games runden die nicht wirklich erfolgreich waren aber ich bin ja auch müde aber wie gesagt das kann man ja üben ich kann jetzt vielleicht öfters quick survival games machen weil ich habe jetzt ferien das heißt ich kann auf den gommer hd selber morgens aufstehen und dann kann ich da früh so quicksurvival games spielen also mittags geht es gar nicht mehr ohne premium aber dann war es das meine kraft montags video wir sehen uns am mittwoch wieder bis zum nächsten video und ciao